An dieser Kreuzung rechts abbiegen auf Weg. Folge dem Weg 700 Meter. In 150 Metern an der Kreuzung geradeaus auf Henriette Herzring. An dieser Kreuzung geradeaus auf Henriette Herzring. External In 200 Metern geradeaus auf Lehnenstraße danach geradeaus auf Elgierte Herzling. In 70 Metern geradeaus auf Lehnenstraße danach geradeaus auf Elgierte Herzling. In 300 Metern geradeaus auf Elgierte Herzling. In 70 Metern geradeaus auf Elgierte Herzling. In 80 Metern geradeaus auf Elgierte Herzling. An dieser Kreuzung leicht rechts abbiegen auf Elgierte Herzling. In 200 Metern punktieren auf Weg danach und 250 Metern punktieren auf Weg. In 70 Metern punktieren auf Weg danach und 60 Metern punktieren auf Weg. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.